Hallöchen Freunde, Servus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben in der letzten Folge herausgefunden, dass hier noch ein paar von alten Kollegen, sage ich jetzt einfach mal, hier rumhocken. Zum Beispiel hatten wir in der letzten Folge noch mit dem Teufel gesprochen, der uns in diesem Goblinlager damals in die Quere gekommen ist. Ich würde jetzt einfach mal mit Will reden, der hat irgendwas. Sammeln wir mal mit dem los. Mmh, Raphael ist angling für die Mädels' soul. Mmh, wir sollten zumindest versuchen. Äh, wenn nicht. Dann, Raphael collects another Trophy. And Mole sells her Independence to the Hells. You've seen what happens when a bound soul reaches for freedom. I can't imagine what cruel Penance Mole would pay if she were ever to resist that fell bastard. Er sollte diesen Packband und geht ins Lager. Alles klar, wo. Okay, dann, äh, quatschen wir mal. Wo ist denn Moll? Wo ist denn Moll? Moll? Nein. Nein. So, was ist denn Moll? 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 Ich glaube, dass Sie alles tun können, um den Duken zu retten. Aber wenn Sie nicht einen Weg finden, dann gehe ich nach Baldur's Gate, um die Reinforcement zu suchen. Der Künstler hat eine Carrier-Pigeon, mit der Wahrnehmung, dass die Stadt mit Absolutist attacken ist. Die Steele-Watze ist stark. Ich möchte, dass Lord Gortache ein paar von ihnen zu helfen in der Kampf gegen Moonrise. Die Kürze wird nicht verraten. Was ist die Stahlwache? Ja. Was ist die Stahlwache? Ja. Gondian Automatons, die in die Kriege werden können, ohne zu riskieren, ohne zu leben. Except für die von uns. Lord Gortache hat nur gearbeitet, auf die Prototypen, bevor Ravengard und ich leften für Elterell. Aber sogar waren sie vermieden. Mit der Steele-Watze an unseren Händen, wir können die Tauern, was Ketherick throws an uns. Ich bin sicher. Ich werde mein Bestes. Aber es gibt jede Chance, dass ich die Kürze von all den Kulten fallen, bevor ich die Stadt zu erreichen. Schau nicht auf mich und schau nicht, dass keine Hilfe kommen wird. Arbeit mit Jahira. Die Hörpens-Mind ist so stark wie ihre Bläde. Seid ihr Hinweis. Auf Wiedersehen. Ich weiß wieder, wer das ist. Das ist die Frau, die wir aus dem brennenden Haus gerettet haben. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Möchte man? Ja. Solche Männer dürfen keine Macht besitzen. Dass sie die Schleife rausziehen, muss beeindruckend sein. Wir ziehen. Wir führen Rechtschaffung, was euch eingetragen hat, soweit wir die Stadt erreicht haben. Nein. Aber sie sehen immer, sie sehen es, nicht? Das stimmt. Was hat der Kollege denn? und Juk. Sie wissen vielleicht etwas, was uns helfen könnte, ihn zurückzubringen. Wir haben ihn in den Schäden gefunden, nur... wandern. Nichts, die da lange überlebt. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, oder wo er es kam. Das ist kein physisches Schäden. Es ist eine spirituelle Malaise. Der Manns-Mind hat durch den Schäden gebrochen, aber es hat es nicht gebrochen. Die Person, die hinter Tanja, wer ist das? Kann er euch hören? Was hat er denn? Lasst mich mal sehen. Das Lied. Habt ihr schon mal gehört? Jot. Wecke. Da. Wir haben... kennengelernt. Einen geheimnisvollen Mann, der bewusstlos in Gastos... Wir haben... Berat können Florian, eine flammende Faust reden, die bewusstlos in Gastos zumindest nicht gefunden wurde. Er könnte wir bei Schatten wissen. Wir sollten so sehen, wie wir ihn aufwecken können. Zevlor Großherzog. Rette die Tieflinge. Ah, die waren fertig hier. Okay. Begleiterquests. Schutz vor dem Schattenfluch. Infernalisches Eisen. Genau. Was haben wir hier? Erreiche die Krippe. Mondaufgang. Oh je, minä. Isobel. Diener der Zebnis. Oh, nene. Zebnis. Zerrm. Wie kommen wir denn nach oben? Na, hier. Hier waren wir auch noch nicht eine Etage höher, ne? Hier ist ja auch nicht so viel los, würde ich mal so behaupten. Hier wird jetzt, glaube ich, auch nichts drin sein, ne? Nö, nö, nö. Super als Tagebuch. Ich speichere mal. Schauen wir mal da rein. Seit meiner Rückkehr trage ich einen grauenhaften Schmutz in mir. Ich spüre ihn in meinen Lungen. Ich kann ihn nicht loswerden. Er wird nie wieder herauskommen. Dieser Tod, der in meinem Inneren stinkt. Manche Dinge kann ich nicht mal im Runden einteilen. Manche Dinge würde ich sie ihren Anhänger niemals dulden, die nie zurückkehren sollen. Aber gut, das kann ich mir jetzt nicht auf jeden Fall machen. Hallo. Sorry, dass ich dich einfach so voll laber. Hallo. Passiert hier jetzt auch was? Hallo, passiert hier jetzt auch was? Hallo. 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 Wie steht ihr euch das vor? Ganz meinerseits. Ich habe gehört, ihr seid die Beschützerin dieses Gasthauses, die Bannerin der Schatten. Ich mag den Parasiten einer wahren Seele haben, aber nicht den Geist. Die Dinge sprechen sich ja schnell herum. Ich weiß euren Namen, aber sonst nichts helfen auf die Sprünge. Ich habe mich und unsere Frau tun, was wir können, um die line zu halten. Ich höre Sie und Ihr Tadpole werden unsere Offen. Frei von der Absolute's influence, yet able to walk among cultists. Es ist fast zu gut sein. Aber ich wäre ein schlechtes Clerc nicht, wenn ich eine. Wenn ich eine. Ich denke. Jaheira hat dir eine Begge-Protection-Spell von ihr Lieblings-Clerc. Nice. Perfect. Es wird dich immun zu den Lesser-Effekten der Shadow Curse, die wird dich näher zu den Towers. Aber es gibt Pläte, die es nicht helfen wird. Pläte, wo die Kürse dunkler, stärker ist. Die Kultisten sind auch die tiefsten Schäden. Ich weiß nicht, wie. Die Harpers versuchen, es herauszufinden. Danke, ich muss jetzt aufbrechen. Sollte ich noch was wissen, ehe ich aufbreche? Was ist denn los? Ich habe nichts gehört. Hallo Bild. Alles klar, ein gerupftes Hühnchen. Hallo Isabel. Margus. Ist das du? Was ist mit dir passiert? Ich bin glücklich. Du kannst auch sein. Komm mit mir. Und du kannst alles von Ketherick selbst hören. Wie kennt ihr diesen Mann? Ich sage, wir folgen ihm geflügelten Monster. Ich will deine Gedanken auf weitere Informationen suchen. Was will er denn mit ihr? Klingt lustig, ich bin dabei. Ich bin nicht wie ihr. Ich lasse den Schirmgarten nicht befehlen. Was die Angegnung tötet euch. Markus will Glück entführen, Isabel. Diesmal müssen wir uns den Weg freikämpfen. Oh, ja. Nein! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, scheiße. Was kann der denn so? Oh mein Gott. Volksel, Schicksalsbewegung. Wow. Krass. Okidoki, wir müssen Isabel beschützen. Ähm. 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 Komm, der kann bluten, ne? Scheiße. Hat nicht geklappt. Was? Ah, jetzt zwei Hemde. Yes. So geil. Ähm. Ne, warte mal. Ne, warte mal. Hier war das, ne? Das Schwert hört auf das Kreischen und ist abgelegt. Das Schwert kreischt alle Gegner, alle Gegner, ne? Okay, ich kann nicht angreifen. Genau, dann schocken wir den, damit der kommt erstmal weg von Isabel. Sehr geil. Oh, dagegen geschleudert. Nice. Jetzt bin ich dran. Das ist gut. Ich muss da auch weg. Feuerball. Oh ne, da machen wir zu viel Damage. Was kann der überhaupt? Hab ich noch gar nicht nachgeguckt. Okay, der hat keine Immunität. Der ist quasi gegen alles, äh, angreifend da. Okay, er macht 58. Oh, da draus ist auch noch einer. Ne? Ah, jetzt hier drinnen. Spurzene. Ah, das ist nicht gut. Clown aus dieser Welt. Oh, hier ist auch einer. Nice. Nicht gut. Oh, er muss erstmal weg hier. Ja, mach mal was. Ja, mach mal was. Ah, scheiße. Nein, Isabel! Nooo! Okay, jetzt schlafen. Na, Klasse. Seine Majestät. Los, schnell da rein. Faust. Ult. 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 Wir brauchen dich. Ha. Geil. Okay. Scheiße, an ihn kommen wir nicht ran. Ah, kacke. Scheiße. Mit der. Ich komm ja, nicht barrackat. Ja. Ja. Ich komm ja. Ja. Weg da. Ah, schon wieder fehlschlagen. Was ist denn, wenn ich dahinter springe? So. Scheiße. Oh, das war ja enttäuschend. Ja, sehr geil. Der war gut. Ja, super. Er hat noch ein Leben. Geil, weg ist er weg. Ich weiß nicht, ob das kostet ist. Ich weiß nicht, ob das kostet ist. Ich weiß nicht, ob das kostet ist. Ah, das ist jetzt natürlich scheiße. Überlebensinstinkt. Gericht. Er ist noch ein Kälte. 25 Nachteile. Dichtige Schleimhäuser. Kann ich auch nicht werfen, dann kriegen meine Wasser. Oh, ist das kacke. Ist das kacke. 18 Lebensbumpen nur noch, scheiße. Komm, wir probieren es, nützt nichts. Hallo? Bedroht. Achso, ich kann nicht weg, weil ich hier von dem bedroht werde. Ja, scheiße. Scheiße hätte ich vorher machen sollen, ne? Fuck. Ja, sauber. Er ist weg. Sehr gut. Glück gehabt. Jetzt ist es, glaube ich, kein Problem, wenn der Schlüssel ist erstmal weg. Okay, noch ein Monster weg. Kritischer Fehlschlag. Ah, gut. Gelähmt. Nicht gut. Kampfes Zwerg. Los, auf den da. Nur Geld schreiten. Schlechter Schuss. Schlechter Schuss. Boah. Sehr gut. Der tat weh. Wo gehst du hin? Unsichtbar. Alles klar. Wir kloppen den hier erstmal weg. Oh, nochmal. Sehr schön. Komm, da. Aber klar, die ist jetzt, glaube ich, noch nie getroffen. So, nicht genügend Bewegungsrate in der Klasse. Hallo. Wie geht's dir? Hier. Wow. Der war gut. Geil, wenn man die gegen so eine Wand schleudert, kriegen die auch schaden. Auch gut. Okay. Einer weniger. Super. Isobel lebt noch. Magierrüstung. Sehr gut. Wie viele Gegner haben wir noch? Zwei? Drei. Zwei. Haha. Ja. Ja, sehr gut. Oh, die wollen Isobel haben. Ja, die können nichts machen. Die sind zu weit weg von. Okay. Jetzt haben wir nur noch diesen einen. Oder? Ja, nice. Wir nehmen. Da, da 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 da. Ah, der ist auch gleich weg. Der macht keinen großen Schaden mehr. Okay, er ist immer noch gelähmt. Oder auch nicht? Ne, er ist nicht mehr gelähmt. Kiduki! Dann hauen wir den mal einen rein hier. Nicht erreichbar. Jetzt aber. Und noch mal. Geschafft. Easy. Okay, Freunde. Ich würde sagen... Sorry. Okay. Okay. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. Okay, kein Problem. We are in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive. I don't know. And I don't want to find out now that we have you. I hope I won't have to. No mercy. For Catholic will have none on you. End this. Mach ich. Aber ich mach das erst in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank, Leute, fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschö mit U. Whatever. concepts. Come nach. Mache. Mache. Bis zum nächsten Mal.